Yo Leute, willkommen zurück bei CT Special Forces. Beim letzten Mal hatten wir bei dem ersten Abschnitt, haben wir noch geschafft, genau. Wir sind jetzt bei dem zweiten Abschnitt von der Trockene Wüste. Und weiter geht's Leute, ich wünsche euch noch viel Spaß. So, das schon Go gesagt. So, wenn ich das mit einem Dings, ähm, mit einer Granate werfen würde, hätten wir das schon längst hinter uns. Aber wir müssen jetzt dahin, ne? So. Jetzt sind wir, glaube ich, bei den Terroristen, Leute. Das merkt man auch schon, von der Kleidung. So, den haben wir aufgeschafft. Oh nein, jetzt kommt wieder sowas. Boah. Ich muss durch. Kein anderer Tag. Da ist schon einer. Warum? 12 haben wir, ne? Da unten steht das ja, Leute. Jetzt noch 11. Ja, ich muss das schnell machen, Leute, sonst, weil ich ja Leben, und das will ich nicht. Da ist einer. Da ist auch einer. Manchmal trifft der nicht. Ich sehe den, ne? Ja. Ja, auch nicht bestimmt. So, ich muss aufpassen. Da ist einer. Die haben wir auch geschafft. Alter, wo sind die? Die verliehen gleich wieder Leben. Noch einen, ne? Äh, wo ist der? Da. Beschafft. Haben wir alle Geiseln befreit? Ja, und wir haben Leben bekommen. Endlich, ey. So, vier. Aber ich habe noch Hälfte Leben weg, ne? Ob es ihm weitergeht. Ich werde die Film mal so zureden. ja das dauert halt lange dass wir das hier ist auch richtig stabil so dass die munition von einem flammenwerfer leute haben wir dazu dann ja 250 so sieht das aus so hier haben wir schon jetzt muss ich hier hoch da sind dann komme ich denn hier endlich das leben da haben wir es ich muss aufpassen der kommt ja gleich da ist wieder einer mit einem wagen ich glaube ich benutze auch den flammenwerfer gleich so ich schieße ihn mal dreimal muss wer jetzt hier runter ich schau mal jetzt nicht unnötig jetzt hier sterben ja wir müssen da runter joh joh Nein! Boah, Glück gehabt, ey. So, eklig. Hat sich gelohnt, ne? So, lass mal den Flammenwerfer nutzen. Wow, hat schon gedauert, ne? Brenn! So, den Flammenwerfer lasse ich erstmal. Dann brauchen wir das später. Ja genau, wie wollt ihr denn noch hier sein? Aber hier haben wir Leben. Aber das hol ich später erst, wenn wir mehr getroffen werden. Ist besser, ne? So, ich geh mal nach oben. Da sind Munitionen. Das mach ich mal schnell ein bisschen. Boah, hier gibt's jetzt auch so'n Gegner, der... ...diesen Maschinen gerät, ne? Dann kommt der. Der muss, glaub ich, hier kommen. Das weiß ich noch. Alter. Einfach einen unnötig jetzt verschwenden kann. So, noch einen Schuss, dann geh ich zurück. Ich glaub, der Typ ist hier eigentlich, ne? Egal, hier hatten wir auch Leben bekommen. So. Das war hier, ne? Schau mal. Ja, das hol ich später. Alter, schon ein Blick. Ein Schuss. Ah, den muss ich mitnehmen. Ich muss ja draufpassen. Nicht, dass wir den töten. Das will nie. Boah, ich krieg zu viel, ey. So. Du kommst mit, Freundchen. Aber zum nächsten Mal. Wann kommt der Typ, ey? Ich muss aufpassen, wenn der Typ kommt, dann muss Strick Maschinengewehr Demonstrationen Und dann kann der Arschkarte weiter Das ist so Ach so, wir haben den Seil schon, ne? So, ich geh mal kurz Leben holen Ich glaub, brauch ich eigentlich nicht, ne? Ah, die Munition Die ist wichtig Da oben war das Werbe eigentlich mal Wir hatten ja erst den Blauen Jetzt haben wir den Grünen jetzt, Soldaten, ne? Wer gefällt mir mehr? Ich glaub, der Grüne gefällt mir mehr, Leute Ich bin ehrlich So Da ist das Seil Sind wir jetzt da? Immer noch nicht Dieser Abschnitt hat schon lange gedauert, ne? Da ist der Da ist der, Leute So Da ist Leben Das nehm ich noch nicht, ne? Muss aufpassen Aber krass, dass ich jetzt hier drin Leben habe, ne? Das ist gut So, ich glaub, dieser Abschnitt Das war's dann, ne? Ich glaub, wir sind jetzt gleich oben Deswegen nehm ich das schon mal mit Ja, wir sind da Kann auch so machen Hallo, mach doch Ja So, Leute Special forces, Leute Ciao Ciao